So Leute, mich hat heute ein Paket von Tesfor erreicht und zwar ist es ein Wisch- und Saugroboter. Bei 110 Quadratmeter Fläche muss die auch gereinigt werden und deshalb habe ich mich für diesen Saug- und Wischroboter entschieden und ich packe das Ganze jetzt mal mit euch zusammen aus. Hier haben wir den T8 und ich bin gespannt, was für Funktionen der T8 zu bieten hat. So, schauen wir mal, was sich so im Karton verbirgt und zwar haben wir einmal die Bedienungsanleitung. Dann eine Fernbedienung, dann den Saug- und Wischroboter natürlich mit Ladestation, dann natürlich das Zubehör zum Saubermachen am Pinsel und dann Stecker. Jetzt probieren wir das Ganze mal aus. Alexa, starte Robot. Not Cleaning Road.